Okay. Die Geschichte heißt vom dicken, fetten Pfannkuchen. Pfannkuchen? Ja. Ja, mit Eier. Das ist ein Ouellette. Pancake Ouellette, ja, okay. Das ist ein Pfannkuchen. Ja. Oder ein Crepe. Das ist auch ein Pfannkuchen. Und dünner Pfannkuchen. Okay. Das ist ein dicker, fetter Pfannkuchen. Okay. Ja. Es waren einmal drei alte Frauen. Ja. Drei alte Frauen. Brauchen wir eigentlich. Da sind drei alte Frauen. Sind alt hier. Stirn. Alten. Sind Frauen oder Männer? Weiß ich es nicht. Das sind Frauen. Hier. So. Frauen. Drei alte Frauen. Welche gern Pfannkuchen essen wollten. Ja. Die machten eine, nahm eine Schüssel, machten einen Pfannkuchen. Ja. Die erste, die erste Frau gab ein Ei dazu. Ja. In einen Pfannkuchen kommt. Wow. Das ist auch nicht schön. Ein Ei. Bestimmt. Ein Ei. Die zweite, gab Milch dazu. Ja. Von der Kuh. Muuuh. Milch. Aber aus einer Packung. Ja. Ja. Da ist die Kuh. Die Kuh. Ja. So. Das ist Milch. Ja. In einen Pfannkuchen kommt auch Milch. Ähm. Und die dritte, gab Butter. Butter ist klar, ne? Butter. Ja. Butter ist klar. Butter ist klar. Butter. Und Mehl dazu. Ja. Mehl, weiß. Äh. Das ist Mehl. Mehl. Ja. So. Ei, Milch, Mehl und Butter. Und sie rülten und machten einen dicken, fetten Pfannkuchen. Ohne Zucker. Ja. Ja. Nein. Pfannkuchen kommt nicht immer Zucker. In meine Pfannkuchen kommt kein Zucker. Wirklich? Ja. Ich habe ein kleines Kind. Ah, ja. Zucker. Okay. Zucker kommt. Ja. Ja, ja. Ja, ja. So. Das ist der dicke, fette Pfannkuchen. Ja, schau. Da sind die Köpfe. Pfannkuchen ist so groß. Und so dick. So fett. Ja. Ja. Ähm. Als er fertig war. Schau mal hier. Der ist in einer. In einer Pfanne. Ja. In einer Pfanne. Ja. Da brutzelt der. Das ist heiß. Das ist die Pfanne. Als er fertig war, stand der Pfannkuchen auf. Pfannkuchen halt beinahe. Hätte nicht gedacht. So. Stand der Pfannkuchen auf. Kriegt auch noch ein Gesicht. Und der Pfannkuchen. Lief weg. Oh. Der Pfannkuchen lief weg. Oh. Schade. Die alten Frauen hatten keinen Pfannkuchen. Er lief weg. Und er lief schneller und schneller. Und er lief. Platsch. Plopp. Platsch. In den Wald. Da sah. Ja. Er sah. Er sah. Mit dem Auge. Er sah. Einen Hasen. Der Hase rief. Das hatten wir vorhin. In der Geschichte. Das ist ja. Der Hase rief. Dicker fetter Pfannkuchen. Bleib stehen. Bleib stehen. Das ist wie ein Stopp-Shirt. Ah. Ja. Stopp. Bleib. Bleib stehen. Bleib stehen. Okay. Bleib stehen. Ja. Ich will dich fressen. Fressen ist ein anderes Wort für Essen. Ah. Das ist das Gleiche. Ein Hase, ein Hund, ein... Fressen. Ein Tiger frisst. Frisst. Ja. Ein Tier frisst. Aber ein Mensch... Ein Mensch isst. Ah. Ich verstehe. Und wenn du sagst, ein Mensch frisst, dann ist das nicht gut. Okay. Dann isst er wie ein Tier. Ah. Ach so. Ja. So mit Essen aus dem Mund. Okay. Okay. So. Der Hase rief. Bleib stehen. Ich will dich fressen. Der Pfannkuchen antwortete. Ich bin drei alten Frauen weggelaufen. Ja. Weggelaufen. Andere Form. Weggelaufen. Das auch. Bin weggelaufen. Ja. Ich bin drei anderen alten Frauen weggelaufen. Und du denkst, du kannst mich fangen. Ja. Fangen ist auch richtig. Du denkst, du kannst mich fangen. Ha. Und er lief schneller und schneller und batsch, plopp, batsch in den Wald hinein. Da kam ein Wolf. Ja. Wie in der anderen Geschichte. Da kam ein Wolf und rief, dicker, fetter Pfannkuchen. Bleib stehen. Ich will dich fressen. Und der Pfannkuchen antwortete, ich bin drei alten Frauen weggelaufen und dem Hasen. Ja. Und du denkst, du kannst mich fangen. Ha. Und er lief schneller und schneller und schneller und batsch, plopp, batsch in den Wald hinein. Da kam ein Reh. Ja. Ein Reh. Wisst ihr? Bambi. Bambi. Ja, ja. Bambi ist ein Reh. Da kam ein Reh gesprungen. Ja. Gesprungen. Ja. Gesprungen kommt von springen. Ja. Gesprungen. Springen. Da kam ein Reh. Da kam ein Reh gesprungen. Und das Reh rief, dicker, fetter Pfannkuchen. Bleib stehen. Ich will dich fressen. Der Pfannkuchen antwortete, ich bin drei alten Frauen weggelaufen und dem Hasen und dem Wolf. Und du denkst, du kannst mich fangen. Ha. Und lief schneller und schneller und schneller und schneller. Platsch, plopp, platsch in den Wald hinein. Da kam eine Kuh. Die Kuh kam gerannt. Ja. Gerannt. Das ist gesprungen. Und die Kuh kam. Eine Kuh springt nicht. Ne? Die Kuh kam gerannt. Rennt. Ja. Ganz schnell. So wie lief. Ja. Ja. Die Kuh kam gerannt und rief, dicker, fetter Pfannkuchen. Bleib stehen. Ich will dich fressen. Ich will dich fressen. Und der Pfannkuchen antwortet wieder. Ich bin drei alten Frauen weggelaufen und dem Hasen und dem Wolf und dem Reh. Und du denkst, du kannst mich fangen. Pah. Und lief schneller und schneller und schneller. Platsch, plopp, platsch in den Wald hinein. Da kam eine Sau. Eine Sau ist das gleiche wie das hier. Ja? Eine Sau ist ein Schwein. Aber eine Sau ist kein Mann. Eine Sau ist ein Mädchen. Schau. Ein Mädchen. Okay. 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 Ja. Da kam eine Sau gerannt und rief, dicker, fetter Pfannkuchen. Bleib stehen. Ich will dich fressen. Ich will dich fressen. Und der Pfannkuchen antwortet wieder. Pah. Ich bin drei alten Frauen, dem Hasen, dem Wolf, dem Reh und einer Kuh weggelaufen. Und du denkst, du kannst lass mich fangen. Pah. Und er lief schneller und schneller und schneller und schneller. Platsch, plopp, platsch in den Wald hinein. Da kamen drei Kinder. Ja? Ja. Und die hatten keinen Vater und keine Mutter und sagten, lieber Pfannkuchen. Bleib stehen. Wir haben den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und da sprang der dicke, fette Pfannkuchen in die Tasche. Er sprang in die Tasche von den Kindern. Und sie nahmen ihn mit nach Haus. Und der Pfannkuchen ließ. Lies sich. Ah, ah, ah. Ja? Okay. Der Pfannkuchen ließ sich von den Kindern essen. Ah, ah. Ah, ganz süß. Das Ende. Okay. Mala. Mala.